Heute ist Montag, es ist alle höchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was ist eigentlich eine Obsoleszenz und wie kann man eine solche Obsoleszenz planen? Und damit das gleich klar ist, eine Obsoleszenz ist zwar eine Riesensauerei, hat aber nichts zu tun mit irgendwelchen Krankheiten im Bereich der unteren Gürtellinie und bezeichnet auch keine ausgefallenen Sexualpraktiken jenseits der Normalität. Ganz im Gegenteil, eine Obsoleszenz ist ein ganz alltägliches Phänomen und als solches eine der Voraussetzungen für eine gesunde Handels- und Geschäftsbilanz. Nehmen wir mal an, Sie befinden sich gerade zu Hause in der Küche und widmen sich der Hausarbeit. Das heißt, Sie haben gerade eine Waschmaschine mit Buntwäsche angestellt, der Geschirrspülautomat spült und Sie stehen am Herd, wo Sie mit dem Ultramax Flexi Flachrührer die Kartoffeln für das Mittagessen pürieren. Dabei läuft natürlich das Radio, weil sonst würden Sie mich ja gar nicht hören. Und dann, wie aus heiterem Himmel passiert es, der Flachrührer hört auf zu rühren, die Waschmaschine macht ein kreischendes Höllengeräusch, um dann mitten im Schleudervorgang abrupt abzubremsen und gleich danach verabschiedet sich auch noch der Spülautomat mit einem letzten Gurgeln der Wasserpumpe. Das Radio lassen wir noch weiterlaufen, weil sonst könnte ich Ihnen ja nicht erklären, dass der Komplettausfall Ihrer elektrischen Haushaltshilfen kein blöder Zufall ist, sondern von den Herstellern der Geräte ganz bewusst herbeigeführt wurde. Und zwar durch den Einbau von Teilen mit extrem beschränkter Haltbarkeit, die garantiert irgendwann den Geist aufgeben. Die Zahnräder im Flachrührer, die Stoßdämpfer in der Waschmaschine oder die Wasserpumpe im Spülautomaten. Alles nur eingebaut, damit das Gerät möglichst schnell kaputt geht und Sie sich ein neues kaufen müssen. Denn reparieren geht natürlich auch nicht, weil das schadhafte Teil so mit dem Rest der Maschine verschweißt und verklebt ist, dass kein Handwerksmeister der Welt es ausbauen könnte. Schließlich heißt der Verbraucher Verbraucher, weil er in seinem Verbraucherleben möglichst viel verbrauchen soll. Irgendwann werden Sie an den Ausgängen der Elektromärkte große Container aufstellen, in denen die Kunden die aus Verrecken programmierte Ware gleich nach dem Kauf entsorgen können. Es gibt da eine Seite im Internet, die heißt Murksneindanke. Da sind die ganzen Fälle von geplanter Obsoleszenz aufgelistet. Wahnsinn. Da kann man wirklich vom Glauben an die freie Marktwirtschaft abfallen. Übrigens, heute vor ca. 2000 Jahren ist ein gewisser Jesus von Nazareth in einem Tempel aufgetaucht und hat die ganzen Händler, die diesen Tempel für ihre krummen Geschäfte missbraucht haben, eigenhändig mit einer Geißel aus Stricken hinausgeprügelt. So eine Reinigungsaktion in einem der modernen Konsumtempel, das wäre mal eine Maßnahme. Aber wahrscheinlich würde der Mann schon am Eingang vom Sicherheitspersonal abgefangen und dementsprechend käme es gar nicht zur Erlösung von dem Übel. Das Einzige, was wir Verbraucher tun können, ist in Zukunft beim Verbrauch genauer hinzuschauen. In diesem Sinne, Murksneindanke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.